. Hallihallo und herzlich willkommen zum aller, 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 allerbesten Podcast auf Erden und auch sonst so im Universum. Also, Gruß geht raus an alle Raumfahrer und Raumfahrerinnen da draußen, die uns jetzt hören. Na, Jonas? Ja. Gehörst du auch zu ARD und ZDF für dieser Podcast von Funk? Ja, ich gehöre auch dazu. Auf YouTube angucken kannst und sogar runterladen kannst und offline hören kannst. Das ist ein geiler Service von Funk übrigens, könnt ihr machen und Datenblumen sparen, wenn ihr vielleicht mal nicht zu Hause seid in Lockdown-Zeiten. Ihr könnt diesen Podcast aber auch auf Spotify anhören, auf Deezer, iTunes und RSS-Feedgangs auch am Start. Und noch eine Info zu Spotify, es sollte jetzt immer wieder funktionieren, dass der tatsächlich direkt verfügbar ist. Ja, wir wollten euch da nicht ärgern, das lag an technischen Problemen, dass das immer ein bisschen gedauert hat. Sollte, genau, sollte aber jetzt, wie Marius gesagt hat, sollte jetzt funktionieren, dass ihr pünktlich, wenn das YouTube-Video rauskommt, auch bei Spotify auf den Podcast in Zugriff habt. Genau. Und was man auch noch sagen muss, vielleicht noch kurz eine Sache, wir sind heute zu zweit, das hat einen Grund und zwar Alper ist nicht da, das ist der Grund. Nee, Alper ist bei einem geheimen Projekt, da dürfen wir aber leider noch nichts dazu sagen. Wir wissen auch nicht, ob da was zustande kommt, aber vielleicht kommt da was Spannendes. Schreibt dir die Kommentare, was es sein könnte. Genau, schreibt mir die Kommentare, was es sein könnte. Mutmaßt wild rum. Nein, es hat nichts mit Heimwerken zu tun. Oh, schade. Aber das wäre toll. Es gab lang kein Heimwerk mehr von Alper, oder? Findest du nicht auch? Nee. Kein Zaumprojekt und sowas? Gar nicht. Der letzte, der Geheimwerkte hast, das bist du. Stimmt. Du hast ein Tischgeheimwerk gehabt. Ich hab ein Tischgeheimwerk gehabt und ich hab sogar von Alper eine Sache ausgeliehen und dann musste ich mir anhören, so, früher hast du dich immer drüber lustig gemacht, das wegen Heimwerken, jetzt machst du es selber. Und ich so, ja klar. Aber jetzt hab ich auch die Möglichkeit, weil ich früher halt in einer WG gewohnt hab, ohne, also nicht mal mit einem Balkon, da ging das halt nicht wirklich. Und jetzt hab ich einfach so ein kleines Häuschen im Garten. Oh, das ist schon geil. Das ist schon praktisch. Das ist mein Must-Have für die nächste Wohnung, wenn ich umziehen sollte irgendwann mal, will ich auch auf jeden Fall irgendwie mehr Platz für so, äh, do-it-yourself-Dinge und sowas. Ich hab schon Werkzeuge, aber wenn ich's hier benutze, staub ich halt alles zu. Ich hab mir vor Jahren mal so einen geilen Dremel geholt. Oder wie ist das allgemeine Wort? Ich glaub, das ist auch so ein Markending, was eigentlich nicht das beschreibt, was es ist. Meinst du sowas wie Tempo oder sowas? Ja, genau. Ein Handschleifgerät, ein Handbohrer, ich hab keine Ahnung. Ein Dremel, ihr wisst alle, was gemeint ist. Ich kenn auch Leute, die sagen zu Taschentücher und Zellstoff. Gib mir mal einen Zellstoff. Was? Wer sagt denn sowas? Ja, das ist eine Freundin von mir, sagt das. Das ist ja... Die kommt aus, ähm, die kommt aus Sachsen ursprünglich. Ich weiß nicht, ob das, ob das so ein Sachsending ist, dass man da Zellstoff sagt, aber ich fand das eigentlich ganz witzig. So, gib mir mal einen Zellstoff. Was, was sagt man im Weltle? Äh... Tüchle. Der Taschentuch. Ein Taschentuch. Ja. Kein Tüchle. Ich hab Schnupfle. Gib mir ein Taschentüchle. Ja. Dicht. Glaubst du, du wärst mal so ein Mann mit so einem Stofftaschentuch im Hosesack? Was? Nee. Ich find das ein bisschen eklig. Aber es ist natürlich... Das ist natürlich so das Nachhaltigste, was man machen kann. Aber das ist schon ein bisschen eklig. Aber das ist super schnodderig. Das soll man auch nicht. Also aus Gesundheitsaspekten so. Vor allem geil ist, wenn die Leute ihre Taschentücher im Säckle dann halt auch weiterreichen. Ja, ich hab hier dann ein Schnuppetuch. Ja, hier. Richtig eklig. Ich schmier das mal ab. Also du hast dann Fleck. Warte mal. Ein bisschen Spucke und dann schön abreißen. Richtig eklig. Ja, aber ich mein, guck mal. Bei uns zu Hause sagt man, ein bisschen Dreck ist gesund. Ja, Dreck kann nicht den Magen, sagt man auch. Deswegen Kinder, die Dreck essen, ist gar nicht... Also, lecker Sandkuchen. Das ist gut fürs Immunsystem. Hast du als Kind Dreck gegessen? Ich kann mich nicht bewusst erinnern, das getan zu haben. Ich hab Ameisen gegessen. Ihh. Aber das ist doch... Also, naja, was heißt I, aber bestimmt nahrhaft. Aber durch die Säure bestimmt, äh... Ja, das war halt, das war quasi wie so ein kostenloses Santa-Schock. Also, ich würd jetzt heute auch keine Ameisen mehr essen, aber... Sicher? Ne, also, okay, okay. Wir sind jetzt beim Film Jungle mit Daniel Radcliffe. Er ist im südamerikanischen Dschungel gefangen. Und da gibt's Ameisen zu essen, dann ess ich die natürlich. Aber wir waren doch mal alle zusammen in so einem Restaurant, wo es Insekten gab. Ach, stimmt. Und wir haben getestet. Hast du nicht auch mitgegessen? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, ich hab auch mitgegessen. Also, Alper und ich haben auf jeden Fall. Ja, das waren... Das war eine relativ große Auswahl. Das waren jetzt nicht nur so diese Mehlwürmer. Es gab Heuschrecken. Ein paar Heuschrecken, ja, ich glaub, Heuschrecken waren ganz cool. In verschiedenen Größen. Aber diese... Ich glaub, da waren auch noch so irgendwelche Fliegen, aber die waren... Fliegen? Oder so ähnlich. Nee, es gab zwei... Aber die einen, die waren viel zu... Also, die haben so richtig geburnt geschmeckt. Als ob die zu lange im Backofen waren. Die waren zu crusty. Das Geilste war eh so, es gab so eine Whisky-Soße dazu. Liebergeil. Ja. Und es gab mal Mehlwürmer. Und die lagen auf dem Salat rum. Und so aus dem Augenwinkel, weil man das assoziiert, hat sich das für mich so bewegt auf dem Salat. Das war so... Oh, das war... Man muss seine Assoziationen ausstellen. Ansonsten, ja, ganz interessant. Ganz interessant. Eigentlich sind wir ja ein Filmpodcast, ne? Stimmt. Aber ich hab Jungle erwähnt. Ich hab Jungle erwähnt. Das stimmt. Vielleicht ist das der Kinosnack der Zukunft. Also, es gibt nicht nur Popcorn und Nachos, sondern auch Heuschrekle. Ja. Wir haben ja auch gestern schon mal gesagt, da haben wir kurz über das Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliemann, guck mal, hier, eine gute Überleitung, geredet, dass Alpers nächstes Heimwerker-Projekt einfach nur, um Finn Kliemann zu übertrumpfen, sein sollte, einen, den ersten privaten Flugzeugträger der Welt zu bauen. Oh ja, oder so einen Tanker. Einfach, du baust so einen riesigen Öltanker zu einem Wohnblock um. Hey, Moment, das gibt es doch sogar, oder? Das gibt nicht, stimmt. Also, es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall von der Marine, die haben so Wohnschiffe. Mhm. Und natürlich, es gibt Kreuzfahrtschiffe. Das ist ja auch quasi schwimmende Städte. Mhm. Aber, Stefan, du hast so einen Kreuzfahrt, du hast so einen Tanker, baust dir hinten so ein Haus drauf und dann so einen Pool und so eine Gartenlandschaft und Cruise damit irgendwie übers Meer. Richtig, richtig nice. Und wie viel Benzin baust du? Oder Schiffsdiesel baust du? Oh Gott, ich will gar nicht wissen. Das ist wahrscheinlich auch so was, du brauchst einfach nur, um den Motor anzuschmeißen, wird erst mal 1000 Liter oder so was verbrannt. Ja, vor allem ist das so Schweröl und so ein Kram, so richtig, richtige Schweinerei. Ja. Aber Elektro, oder? Moment, es gibt ja auch Segel, sind ja wieder innen. Und zwar nicht so, dass du die am Mast hast, sondern wie so ein Drachen. Hast du dann vorne und das zieht dein Schiff dann so. Ist wie ein Lenkdrachen, den du vorne am Schiff hast. Ich glaub, beim Tanker reicht das aber nicht ganz. Ja, ein paar davon. So ein großes? Ich weiß nicht, ich kenn mich dazu zu wenig aus, aber das ist super faszinierend. Aber das klingt, dieses mit dem Flugzeugträger, den Alper baut, das klingt nach so einem Projekt, so einem Lebensprojekt. Er schweißt jetzt so 30, 40 Jahre lang da dran und ist dann irgendwann fertig. Das ist dann wie so diese Geschichte von dem Mann, der über 20, 30 Jahre einen Berg abgetragen hat, weil irgendwie es gab keinen Weg in das Dorf rein, kein richtiges, und er ist zu spät gekommen, seine Mutter ist gestorben, weil es zu lange gedauert hat. Und deshalb hat er so eine Straße durch so einen Berg durch abgetragen über die Jahrzehnte. Das wäre dann auch so ein Alper-Projekt. So in 40, 50 Jahren sagt er so, ich hab da so ein Geheimprojekt gehabt. Die Arche Alper. Was wäre der Name von Alpers Flugzeugträger? Oh, irgendwas ... Irgendwas Schmutziges, oder ... Aber was für ein ... Schiffe haben ja immer so einen ... Frauennamen. Manchmal auch so ein Kürzel vorne dran. Zum Beispiel hier so britische Schiffe HMS. Her Majesty's Ship. Ja, Majesty's Ship, ja. Und USS bei den amerikanischen. Gibt's in Deutschland eigentlich auch so was? Nee, Deutschland hat die abgeschafft, glaube ich. Also zumindest Marine gibt es keine mehr. Ich hab's letztens sogar noch gelesen. Aber ich bin mir ganz sicher. Aber absolut kein Pro in dem Gebiet. Ähm, es gibt für die ... Also Marine hat keine, glaube ich, mehr. Es gibt dann aber noch, ich glaube, NATO-Abkürzungen. Im Bereich der NATO gibt es wieder Abkürzungen für Schiffe, um das Kürzel zu haben. Mhm. Also um die Nation noch mal zu kennzeichnen. Ja. Das heißt übrigens auch nur Marine in Deutschland. Marine. Nicht Bundesmarine, nicht sonst was. Es ist einfach nur die Marine. Ja. Ja. Ja, dann hätte Deutschland oder Alperde ... Nee, nicht Deutschland. Hätte Alperde den ersten privaten Flugzeugträger der Welt. Wir könnten uns um die Flugzeuge kümmern. Wir können, ähm ... Oh, ja. Wir können ein paar Eurofighter nachbauen. Ein paar Euro, basically. Wir kriegen's auf jeden Fall genauso gut. Oh. Oh, leichte Kritik hier. Jetzt wird's politisch. Jetzt wird's politisch. Nee, aber das wär kein Eurofighter, das wär ein Euro-Piecer. Nee, wir wollen ja keine militärischen Flugzeuge machen. Wir wollen Friedensflugzeuge. Oh Gott, so ein Peacemaker. Ja. Moment, Peacemaker ist ne Waffe. Stimmt. Ja, Peacemaker ist doch ein Colt, oder? Ja. Aber ich glaub, der Flugzeugträger würde die Kadir heißen. Die Kadir. Die Kadir, oh, die Kadir, ja. Oh, schön. Aber, äh, 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 was wollt ich sagen, was wollt ich sagen? Ich finde, Eurofighter, das reicht mir nicht, weil Universalfighter, das wird so ein Allround-Jet. Der kann alles fighten. Universalfighter. Universalfighter. Earth, Earthfighter. Earthfighter. Das ist, das ist voll die Überleidung. Ich glaub's nicht. Wenn du das schon so sagst, dann wird es auf jeden Fall schrecklich werden. Also, es gibt ja nicht nur den Universalfighter, den besten Kampfjet aller Zeiten, der überall Peace bringt, sondern es gibt hier auch Universal Studios. Oh! Ja, genau. Die haben eher weniger mit Frieden zu tun, aber die haben auch ihren Frieden gemacht mit den Kinos unter anderem. Also, wir sind ja in einer Pandemie weltweit und Kinos sind geschlossen und in allen anderen Ländern außer bei uns öffnen die langsam wieder. So auch in den USA. Und es gibt in den USA immer so einen kleinen Streit zwischen den Produktionsstudios und den Kinos. Und zwar geht's darum, wann, welche Exklusivität hat so ein Kinofilm eigentlich? Also, wie lange läuft der im Kino und dann darf, darf dann erst im Home-Release gezeigt werden, ob das jetzt auf Blu-ray ist oder auf den ganzen Streaming-Angeboten, die jetzt natürlich auch aus dem Boden schießen, die Pilze, also jedes Studio, ballert ja seinen eigenen Kram raus. Warner zum Beispiel zeigt alle Filme ja derzeit auf HBO Max. So. Jetzt gibt's in den USA nicht nur AMC die Kinokette, sondern auch Regal geschrieben. Das ist die zweitgrößte Kinokette der Welt. Und die haben jetzt einen Deal tatsächlich mit Warner ausgehandelt, weil ab dem 2. April sollen die Kinos da wieder öffnen von Regal. Und die haben jetzt einen Deal, dass die Filme am gleichen Tag ins Kino kommen, wie sie auf HBO Max erscheinen werden. Mhm. Und ab zweit ... Also, das ist ab jetzt. Das heißt so Godzilla vs. Kong und so was, das läuft alles parallel. Und ab 2022 gibt es dann den Deal, dass es eine 45-Tage-Exklusivitätsregel gibt. Das heißt, die werden 45 Tage im Kino gezeigt und dann kommen die auf HBO Max. Ja, ich glaub, das ist ja auch ... Ja, das hat sich jetzt ja in den Jahren immer weiter ... Also, ist der Abstand zwischen dem Kino-Release und dem Home-Release immer kürzer geworden. Und ich glaub, das ist auch so eine Sache, die wird halt über kurz oder lang auch überall so sein. Also, dass du wirklich Filme im Kino und parallel auf dem Streamingdienst kommen kannst. Wie man das dann halt findet, ist die andere Sache. Also, ich würd mir halt zum Beispiel so was wie Kong vs. Godzilla, das kann, das ist halt, das ist fürs Kino gemacht. Also, wenn diese übergroßen Viecher aufeinandertreffen. Ja. Das kann schon cool sein zu Hause auf dem großen Fernseher, aber das ist halt nichts im Vergleich, wenn man jetzt in einem riesigen Kinosaal mit einem richtig geilen Soundsystem sich zu Gemüte führt. Definitiv. Was mich erschreckt hat, als ich die News gelesen hab dazu ... Also, 45 Tage hört sich doch voll viel an. Moment mal, war das nicht früher mal ein halbes Jahr oder Minimum drei Monate? Ja, gefühlt halt noch länger. Also, wenn du halt noch weiter zurückdenkst in die Zeit, in der es noch keine VHS gab oder so was, das ist einfach, du konntest Filme nur im Kino schauen. Und dass die mal irgendwann im Fernseher liefen, das war ja auch nicht gang und gäbe. Free-TV-Premiere, so fünf Jahre danach oder so was. Was? Dann guckt's ja auch keiner mehr. Ja, ich freu mich trotzdem immer noch manchmal, also im Kino auch vor allem die Trailer zu sehen. Ich weiß nicht, ich mag das. Das mochte ich auch früher schon. Deshalb war ich nicht so jemand, der so auf den letzten Drücker in den Kinosaal gekommen ist. Ich, äh, teilweise, okay, teilweise war es echt übertrieben, wenn du dann irgendwie so erstmal eine halbe Stunde Werbung anschauen musst. Also halt dann fünf Minuten bis zehn Minuten Trailer, aber dann halt auch 20 Minuten so regionale Werbung. Regionalwerbung ist richtig witzig. Bei dem Kino in Haslach war das auch ganz oft. Und dann, ey, dann konntest du es nicht mehr sehen, immer den gleichen Werbespot. Es kommt doch immer, finde ich, an welches Kino du besuchst. Also es gibt halt, es wird sich jetzt total abgehoben, aber es gibt halt so Kinos, da läuft dann halt so Werbung für Kinofreunde und Freundinnen, also so, ne, für Filmliebhaber und sowas. Und dann gibt es halt so diese etwas größeren Kinoketten, da läuft dann halt Werbung für auch etwas trashige Sachen außerhalb des Kinos. Oh Gott, ich kann mich an zwei Werbungen in meiner gesamten Kino-Kiro-Kino-Kino-Vergangenheit, kann ich mich erinnern. Und die eine, das war eine total absurde, das war hier in Köln in dem Kino, das war eine total absurde Werbung für Grabpflege. Das war, also, das war einfach, das ist immer schlimmer geworden, aber ich konnte nicht aufhören, das zu schauen, aber am Ende war es halt extrem witzig, weil es halt so richtig unpassend war für Grabpflege. Das ist echt witzig. Aber lokale Werbung ist echt die beste. Das war so geil produziert, ey. Apropos. Moment, und die andere Werbung, das war die schlimmste Werbung aller Zeiten, das war für so ein, ähm, hier, nicht Zigar- also hier diese, diese, äh, smoke, smoke, diese ... Vaporizer. Ja, genau, diese Smokefestplatten. Diese USB-Stick-Zigaretten quasi. Und das war irgendwie eine Werbung, die ging auch drei Minuten lang und die bestand nur aus so gefakten Interviewsequenzen in Schwarz-Weiß. Und das, das war unerträglich, diese, ich glaub, es kann auch sein, dass es nur zehn Sekunden war, aber es hat sich wirklich wie 50.000 Minuten angefühlt. Ja. Und das hat mich eher so verleitet, wo, okay, ich rauch sowieso nicht und das interessiert mich nicht, aber das hat mich einfach noch mal so bestärkt, noch mal so richtig bestärkt. Nein, das ist scheiße. Okay. Äh, aber nochmal kurz zu dem Deal. Also, 45 Tage hat sich verfehlt, da waren jetzt eigentlich wenig, aber es gibt ja noch Universal, um die Kreis zu schließen, die haben mit AMC, der anderen großen Kinokette, haben die einen Deal und da ist das Minimum 17 Tage. Oh, das ist ein bisschen weniger. Also, 17 Tage Exklusivität im Kino. Also, ich glaub, es bildet sich ja drauf. Es ist ja immer in Diskussion noch immer so, da sagen ja die einen vor allem, ähm, Leute mit Kindern, wo es halt um viele Kinotickets gleichzeitig geht und komischerweise müssen auch immer alle im Kino essen und sagen dann, oh, es war so teuer, als würde man verhungern, wenn man nicht im Kino isst. Und Kinder beschweren sich, wenn sie nicht essen. Okay, macht das gerne, wie ihr wollt. Aber für die ist es, glaub ich, dann der bessere Deal, vielleicht zu sagen, hey, ich guck das im Kino, äh, ich guck das zu Hause und nicht im Kino. Mhm. Zahle vielleicht Exklusivitätsbonus bei manchen Plattformen, 20 Euro für einen Film und jut es und hab die Chips oder sonst irgendwas schon zu Hause. Und richtige Kinogängerinnen können halt dann, ähm, ins Lichtspielhaus gehen und das da genießen. Das Einzige, was ich ein bisschen problematisch finde bei so was wie 17 Tage, Exklusivität auf dem Streamingdienst. Bei den Streamingdiensten, äh, haben die ganzen Verleiher ja nur quasi diese Selbstkosten zu tragen. Also, was weiß ich, was die für Server und für Personal und so was ausgeben. Ja. Ähm, was wahrscheinlich geringer ist, als wenn die jetzt auch noch einen Teil davon an die Kinos abgeben müssen. Und in den Kinos ist es ja oft so, dass in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen, das kommt je nach Deal auf den Dealern, dass, ähm, in den ersten zwei Wochen die Verleiher einen höheren Prozentanteil an den Kinoeinnahmen bekommen als die Kinos. Und dass erst so im Longterm die Kinos mehr Prozente bekommen. Das heißt, umso länger die halt einen Film laufen lassen können, umso länger machen die, umso mehr Geld machen die eigentlich damit, weil die halt gegen Ende dann nicht nur, ähm, ich weiß es grad nicht auswendig, wie viel, am Ende nicht nur, ähm, 40 Prozent bekommen, sondern dann vielleicht 100 Prozent. Das war ja damals auch bei Star Wars Episode 2 so, wo, ähm, damals noch 20th Century Fox, in der ersten Woche komplett 100 Prozent der Einnahmen haben wollte. Weil halt bei so einem Film wie Star Wars Episode 2 ist ja klar, Kinos müssen den ja irgendwie auch zeigen, weil sonst kommen die Leute nicht. Ähm, aber dann halt in der ersten Woche, dass die quasi in der ersten Woche nix damit verdienen und dann halt auf ihren ganzen laufenden Kosten sitzen bleiben. Und dann halt genau, wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Deal genau aussieht, aber wenn's da ähnlich so aussieht mit der Verteilung von den Einnahmen, dann ist das ziemlich schlecht für die Kinos. Ja, also ich war jetzt ganz positiv von dieser Nachricht eigentlich, so, ne, so Kino, ja, letztes Jahr, beziehungsweise so, ne, vom halben Jahr, so, oh, Kino ist tot, bla, bla, Streaming. Aber selbst die Streaming-Plattformen und die Anbieter und Verleiher merken halt, okay, die Leute strömen halt ins Kino, wir hatten's ja in einem der letzten Podcasts auch, dass ein relativ erfolgreiches Kino-Wochenende in den USA, ähm, äh, war, vor Anfang März, glaub ich. Und, ähm, dass es halt nicht tot ist, dass die Leute dieses Ereignis wollen, ne, das geht ja, es geht nicht nur um den Film an sich, sondern halt auch um, um so viel mehr. Ja, also das ist halt auch was ganz anderes, wenn du in einem Kinosaal sitzt und einen lustigen Film schaust und mit 100 anderen Leuten zusammen lachst. Ja, eben, genau. Ja. Die größte der Leinwand, also wie gesagt, das kannst du im Kino ja auch nicht, ähm, äh, das kannst du zu Hause einfach nicht nachmachen, was du im Kino hast, also, find ich hundertprozentig. Und, ich habe, ich habe keine Quelle dazu gefunden, ich habe das nur bei Reddit tatsächlich gesehen. Das hat mir nur ein Kumpel erzählt. Ne, ne, ihr habt es gesehen, das war, ähm, beim, äh, Streaming-Plattform von Paramount, sind die Filme wohl auch alle beschnitten auf 16 zu 9. Das heißt, wenn die, äh, Aspect-Ratio anders ist vom Film, wird der aber beschnitten, dass der auf 16 zu 9 passt. Okay. Das heißt, es fehlen Bildinformationen und das kann, also, für Filmenthousiasen ist das schon scheiße. Ich fänd's, ich würd's auch nicht gucken. Also, ich glaub, die meisten Leute interessiert das wirklich überhaupt gar nicht. Aber so, wenn man sich so überlegt, keine Ahnung, so wirst du, ähm, ist es bei Jurassic Park auch so, dass es nicht, also, dass es eher 16 zu 9 ist, statt in Cinema Scope, einfach weil, bei Jurassic World war das auf jeden Fall so, die haben sich halt gegen Cinema Scope, also das mit den Balken quasi entschieden, weil die halt riesige Viecher abbilden müssen und einfach dann mehr Platz gebraucht haben, weil's ja eher in die Höhe geht, statt in die Breite. Ja. Hochkant, Hochkant. Ja, genau, ich hab wohl da kurz Hochkant. Jurassic World 3, alles in Hochkant, damit's auch auf Social Media läuft. Ich hab noch ne Frage an dich, und zwar ... Ja. Ich glaub, ich hab gerade jetzt in diesem Moment realisiert, dass ich, seit ich denken kann, noch nie so lange nicht mehr im Kino war wie jetzt. Also, das letzte Mal im Kino war ich im September, Oktober? November, Dezember, ja. Boah, dann hast du schon noch ... Ich hab fünf oder sechs Monate war ich nicht im Kino. Und ich hab irgendwie so ... Fremdelt man dann, wenn man wieder ins Kino kommt? Wann war ich denn so? Also, die letzten Filme, die ich gesehen habe, war Pelikanblut und noch irgendwas anderes hab ich im Kino gesehen. Ja. Was war denn das? Ach so, ja, Tenet. Ja, Tenet hab ich im Kino gesehen. Wann war das? War das im Sommer? War das im August? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ich war auch so lange, dass ich glaube, zu Schulzeiten irgendwann mal nichts. Aber selbst da eigentlich auch häufiger. Ich war, ich hab's gerade nachgeschaut, ich war das letzte Mal im Kino, am 11. Oktober in Niemals Selten, Manchmal Immer und in der gleichen Woche noch mit dir in Enfant Terrible am Montag, dem 5. Oktober. Ach. Ach ja. Stimmt, den haben wir auch noch gesehen. Stimmt. Oh, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm über Rainer-Werner Fassbinder. Genau. Ja. Nice, stimmt. Stimmt, dann war das mal ein letzter Film. Oh. Der 11. Oktober. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Ja, fünf Monate jetzt. Über fünf Monate. Nicht nur im Kino. Ja. Ich find's ja ganz gut, dass du die Kinos wieder öffnen in den USA. Ich glaub, Großbritannien will auch wieder. Nicht hundertprozent sicher gerade. Und bei uns ist so irgendwie Land unter. Ja, es geht eher wieder in die andere Richtung. Ja, und es ist ja immer die Frage, wo werden wir, als Beispiel, äh, äh, Kong vs. Godzilla sehen. Beziehungsweise Godzilla vs. Kong. Mhm. Wo werden wir diesen Film sehen? Also, ich hab, wie du gesagt hast, das ist ein Kinofilm. Definitiv. Mhm. Das ist ein Popcorn-Kino. Sozusagen. Echt, äh, alles ein bisschen traurig. Ah, Mann, das wird, das ist, das ist ganz schlimm. Ähm, Übrigens, ich hab auch was gelesen zum Thema, ähm, Kino in, in Deutschland. Mhm. Und zwar, äh, Tübingen fährt ja hier während Corona eine ganz eigene Linie. Und ich glaube, ähm, da, die Kinobetreiber zeigen am Wochenende nun sogar Exklusivfilme, die bundesweit erst später starten werden. Also in Tübingen kannst du schon wieder Kinofilme schauen. Weil die aber halt auch irgendwie so einen Spezialweg gefahren sind und jetzt ganz viele Schnelltests einfach so gekauft haben, ohne irgendwie den, den, den Weg über die Behörden zu gehen. Mhm. Na ja, das weiß ich, das weiß ich nicht zu bewerten. Zeit für Kino-Tourismus. Nein, Quatsch. Bleibt alles schön, bleibt alles schön zu Hause. da darf man auch halt nur ins Kino mit einem, ähm, negativen Schnelltest und so. Aber das ist ja auch mal die Frage, die sind ja nicht hundertprozentig, also na ja, das ist halt diese, wir sind alle keine, keine Experten in dem Bereich. Doch, ich schon. Ja, doch. Ja. Oh Mann. Äh, aber apropos noch Dings, ähm, Kinostarts, äh, verschieben, et cetera. Und, äh, VIP-Dings. Black Widow war jetzt auch diese Woche die große News, äh, sollte ja eigentlich schon letztes Jahr anlaufen und die nächste MCU-Phase einleiten. Im April, glaub ich sogar, ne? Ja, ja, ja. Jetzt wurde's noch mal verschoben, jetzt gibt's einen neuen Starttermin und es ist, äh, der 9. Juli 2021 in den USA. Mhm. Bei uns, keine Ahnung. Und, ähm, 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 ja, in den Kinos und gleichzeitig bei Disney Plus als VIP. VIP wirst du, wenn du 21,99 bezahlst, kannst du den Film gucken. Aber heißt das bei VIP, du darfst dann alle Filme in diesem VIP-Programm gucken oder du darfst nur diesen einen Film im VIP-Programm gucken? Nee, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, nur der Film kostet so viel. Also, du warst ja auch vorher bei Mulan. Genau, und so wie jetzt bei, äh, Raya. Raya. Der ist ja auch im VIP-Programm. Genau, und das dauert dann halt, äh, mehrere Monate, bis der Film dann für alle Disney Plus, ähm, auch für Disney Plus verfügbar ist, regulär. Mulan ja auch, den kannst du jetzt auch gucken inzwischen, glaub ich. Ja, den hab ich auch geschaut. Hast du ihn geguckt? Oh Gott, nee. Das ist ja schon länger her. Ich hab überhaupt kein Interesse an dem Film. Nee, also, du verpasst echt nix. Okay, ja. Ja, jetzt halt Black Widow. Hm. Ja, wie gesagt, ich glaube halt, für dieses Familienmodell ist das ganz ansprechend, weil du sparst ja tatsächlich, ähm, dir einiges, äh, an Geld, wenn du den guckst mit deiner ganzen Familie, wenn du da irgendwie zwei Kinder sitzen hast, oder eins, oder zwei, oder drei, ähm, sparst du halt viel Geld, äh, den Stress, momentan halt auch ins Kino zu fahren und sowas, ich glaube, dafür ist das dann okay und ich hoffe halt, dass sich das dann irgendwann so eine Balance findet, dass wir, die Leute, die gerne ins Kino gehen, trotzdem genug Möglichkeiten haben, alle Filme, die möglich sind, im Kino zu schauen und für die Leute, die es zu Hause gucken möchten, gucken es zu Hause. Also, ich hoffe, ich bin vorsichtig, optimistisch und vertraue auf, äh, äh, den, den, die, dass, äh, dass das richtig läuft, was die Verleiher machen, so. Okay. Das hat, das hat lange gebraucht. Ja. Ja, das ist alles Verrücktes. Eine sehr, sehr beliebte Kategorie bei uns und für uns ist unser Filmclub! Filmclub! Wir schauen uns Filme an und, äh, und reden dann im nächsten Podcast drüber und auch diese Woche möchten wir gerne einen Film festlegen. Ihr könnt den auch gerne schauen bis nächste Woche und, äh, dann in den Kommentaren nächste Woche mit uns diskutieren. Ähm, und, ja, was gibt's diese Woche, Jonas? Äh, wir haben einen Film rausgesucht, der uns sowieso schon sehr interessiert hat. Ähm, den gibt es leider nur auf Netflix, weil es ein Netflix-Film ist, und zwar das Leben ist wie ein Stück Papier. Ähm, ich lese mal kurz, äh, die Tagline vor. Der leidende Lagerarbeiter Mehmet nimmt einen kleinen Jungen unter seine Fittiche und ist gezwungen, sich mit seiner eigenen traumatischen Kindheit auseinanderzusetzen. Es wirkt wie ein, ich hab den Trailer schon gesehen, es wirkt wie ein berührender, sentimentaler Film, Drama, Lachen, Weinen, alle Gefühle, die es gibt. Und es spielt in Istanbul und, äh, genau, ist ein türkischer Film. Deshalb, ähm, Alper wird dann wahrscheinlich auf türkisch schauen und, äh, wir wahrscheinlich auch. Und wir werden den wahrscheinlich mit Untertiteln anschauen müssen. Da kann uns Alper vielleicht wieder Rückmeldung geben, wie die Untertitel sind. Weil er ja schon oft gemeint hat, so bei türkischen Filmen stimmen die Untertitel manchmal überhaupt gar nicht oder dass man halt manche Sachen so nicht, ähm, übertragen kann. Ja, so was wie, Oh, ja. So, keine Ahnung, Sprichworte oder so was. Mhm. Ich hab da letztens aber auch einen Kommentar unter einem unserer Videos gesehen. Das ist gleich auch die Überleitung zur Zuschauerfrage. Moment, dann noch einmal kurz. Das Leben ist wie ein Stück Papier gibt es auf Netflix. Ähm, genau. Das ist der Film für nächste Woche. Eine schöne Überleitung. Sorry. Äh, die ist nicht drin, aber das fällt mir jetzt drauf ein. Da hat jemand geschrieben und zwar unsere Meinung zu Untertiteln. Ähm, weil wir meinen, sagen, haben wir auch da gesagt, ne, also der Originalton, das Sprechen, ähm, gehört zum Schauspiel dazu und wir gucken ja auch zum Beispiel südkoreanische Filme sehr oft im Originalton mit Untertiteln. Und dann gab's einen Kommentar, da schrieb jemand, ähm, dass ein Regisseur, glaube ich, gesagt hat, dass er nichts von Untertiteln hält, weil, ähm, ja, ein Bild erschaffen wird und alles, was von dem Bild ablenkt, äh, stört ja und es ist ja tatsächlich so, du liest ja mit und du hast auch wieder ein Element im Bild mit drin. Und, äh, deshalb so die Frage, okay, sind Untertitel immer vorzuziehen? Ich finde, es ist so ein, es ist keine, es ist beides keine ideale Entscheidung. Also, Synchro ist in Deutschland eigentlich ganz gut. Also, wir haben eine gute Synchro-Kultur in Deutschland. Ähm, auf der anderen Seite, manche Filme möchte ich im O-Ton gucken. Gerade irgendwie im asiatischen Bereich finde ich das irgendwie sehr, sehr gut. Also, auch so japanische Sachen. Wenn ich mal so Animes gucke, dann gerne mit Untertiteln. Ja, vor allem, das ist ja auch bei den Sprachen, bei Südkoreanisch ist das mir immer sehr aufgefallen. Einfach die Betonung, wie die, die Sachen betonen, ist einfach komplett anders. Und ich finde, das kannst du ja auch gar nicht, das ist ja auch kein Vorwurf an Synchro an sich, aber sowas kann man einfach nicht transportieren. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob das halt so eine Gewohnheitssache ist, aber wenn ich so ein, keine Ahnung, Anime oder sowas sehe, dann wirkt die Synchro immer so wie ein Fremdkörper da drauf. Vielleicht ist es aber auch nur eine Gewohnheitssache. Also, ich glaube, das Idealste wäre einfach immer, jede Sprache zu lernen. Ja, genau. Ja, ich finde so, bei Synchro ist halt immer, finde ich so, die Gesamtatmosphäre immer ein bisschen besser, aber ja klar, es macht das Bild ein bisschen kaputt, wenn du da immer so einen Untertitel mit dabei hast. Natürlich, das Optimalste ist, wenn du diese Cinemascope-Balken hast und genau diese Untertitel auf den Balken drauf sind. Du wirst zwar immer noch abgelenkt, aber sie stören jetzt nicht das Bild. Mhm. Naja. Ich hatte mal, ich war mal in der Oper und hab, ähm, was hab ich denn geguckt? Was hab ich denn geguckt? Äh, 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 irgendein Sci-Fi-Stück war es tatsächlich. Oh, wie heißt es? Oh nein, ich vergesse mal den Namen. Ganz berühmt, gibt es auch einen Film von, aus den 70ern. 60er? 70er? Hilfe. Ich weiß es nicht. Ah, fällt mir vielleicht wieder ein. Auf jeden Fall, ähm, gab es Untertitel. Ähm, und zwar wurden die, an die Seite, ähm, projiziert, vom Stück von der Bühne. Okay. Da konntest du mitlesen. Und zwar halt, äh ... Wie war das? Äh, es war ja nicht für mich gedacht. Ja. Es war ja für Leute mit Einschränkungen, äh, im Bereich Hören gedacht. Ähm, aber ich fand es ganz interessant, dass es halt auch bei sowas gemacht wird. Tatsächlich. Und da war es halt nicht im Bild und sowas. Also, es stört ja nicht. Aber okay, du musst halt zur Seite gucken, so ein bisschen. Aber da fand ich schon gut, dass es da ist. Ich muss auch zum Thema Synchro, muss ich sagen, ich guck nicht immer alles im O-Ton. Ähm, gerade wenn ich denke, okay, der Film ist ein bisschen kompletter, ich möchte auf keinen Fall irgendwas verpassen, dann guck ich manchmal auch die deutsche Synchro. Mhm. Ich denke so, boah, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann bin ich eher raus aus dem Film. Und dann zieh ich tatsächlich die Synchro vor. Ja. Ähm, du hast doch bestimmt The King's Speech gesehen, oder? Den hab ich gesehen, ja. O-Ton? Oder? Äh, beim ersten Mal, als ich ihn geschaut hab, hab ich ihn, ähm, mit deutscher Synchro gesehen. Und beim zweiten Mal, ähm, in Englisch. Aber, glaub ich, auch mit Untertiteln. Das kommt immer so ein bisschen an, drauf an. Ich mein, manche britische Filme, die haben dann schon einen sehr britischen Akzent, oder so was ganz Spezielles. Ähm, oder keine Ahnung, so ein Film, der in Amerika, in den Südstaaten spielt, die dann halt auch so einen ganz, ähm, einen ganz bestimmten Slang haben. Ja. Da muss ich dann schon mal, ich glaub, ihr sagt immer bei The Wire, das kann man nicht ohne Untertitel anschauen, wenn man das auf Englisch anschaut, wenn man sonst nichts versteht. Fand ich schon schwer. Ja, also, ich schau gerne ohne Untertitel, aber dann muss es halt schon gutes Oxford-Englisch sein, ja. Ja, also, King's Speech war halt so, wir haben uns so gedacht, ja, das ist doch ein Film, es geht um die englische Sprache, den musst du halt im O-Ton gucken. Wir haben den ohne Untertitel geguckt. Und da hatte ich schon, da war ich schon am strugglen. So, äh, what he's talking about? I don't know. Das fand ich schon schwierig. Ich hab den nie auf Deutsch gesehen, mit deutscher Synchron. Ich kann mir ja vorstellen, dass es super viel verloren geht. Ist ja auch bei, ich hab die Filme nicht gesehen hier, diese französischen Filme. Äh, wie ist es willkommen bei den, äh ... Stieß, den hab ich vor kurzem erst noch gesehen. Ja, ist das nicht aber auch so, dass da halt auch viel verloren geht in der deutschen Synchron? Ja, klar, aber ich hab den, ich hab den nur auf Deutsch geguckt. Also, aber die haben sich schon, ich find, die haben sich, also das Synchronstudio hat sich da wirklich angestrengt, da was eigenes draus zu machen. Es hört sich schon ein bisschen so weird an, wie so ein erfundener Akzent. Oder so ein erfundener Dialekt. Aber, das ist halt so, die haben sich halt wirklich reingeniet, die wollten das halt, ähm, einfach, also anders hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Aber der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Ist ja auch so, ich glaub, eher so bei 80er-Filmen, die ein bisschen witziger sind, dass man dann einfach irgendwie andere deutsche Dialekte für manche Leute genommen hat. Ja, ist ja. Aber man spricht irgendwie Sächsisch oder Bayerisch oder so. Das ist super weird. Weil es ist ja, es reißt sich auch ein bisschen, es ist witzig, aber es reißt sich halt raus, wenn halt irgendein Amerikaner statt jetzt, äh, irgendwie Texanisch, äh, Sächsisch spricht oder so. Das war auch mal in einem Manga von meinem Cousin. Da, da haben die halt auch aus so einem, in einem japanischen Dialekt einfach Schwäbisch gemacht. Und das ist halt witzig, wenn du in einem Manga dann Schwäbisch, äh, liest. Aber vor kurzem, ich hatte nämlich auch einen Film, ähm, bei dem ich Probleme hatte, den zu verstehen. Und blöderweise waren da keine Untertitel mit dabei. Okay. Äh, das war, ähm, Pretoria mit Daniel Radcliffe, der in dem Gefängnis Pretoria in Südafrika spielt. Und da waren halt auch manche Figuren, die haben halt wirklich, Alter, ich hab kein Wort verstanden. Das war dann immer so, du hast so, manchmal noch so ein Wort, ah ja, okay, the, okay, er hat the gesagt. So was. Superschwierig. Also, japanische Sachen auf, äh, Schwarzwäldisch. Ja. Tentakel-Penisle. Ja, aber ich find den, den coolsten, ähm, britischen Akzent, das ist Dings, äh, schottisch. Finde ich saugeil. Ah, das ist schon Connery-mäßig. Ja. Nee, vor allem auch so bei so Figuren, also wenn es so richtig so breit ist, so wie bei Trainspotting oder so. Ja. Finde ich richtig geil. Aber finde ich auch immer, teilweise ist es schwer zu verstehen. Bei, bei Hot Fuzz gibt's ja auch diese Szene mit diesem Farmer, der so einen richtig krassen Dialekt spricht oder so, so ein Ur-Englisch, was, oh, das ist Walisisch? Weiß gar nicht mehr, weiß ich welche genau Richtung. Oder da verstehen halt die Protagonisten es selber auch nicht mehr. Okay. Das ist so, als wenn du hier bei uns einfach mal so in die Eifel fährst, also da versteh ich halt auch kein Wort mehr. Ja. Nichts. Ich find auch so, also ich, ich hab ja selber mein Leben lang Dialekt gesprochen, Badisch, Alemannisch. Dialekte. Ja. Aber es gibt auch Leute bei uns irgendwo so, wenn du so in Täler gehst und dann haben die Täler noch so Täler und die Täler haben noch Täler, dann wird's manchmal auch schon schwierig. Vor allem, wenn man dann auch irgendwie so Ja. Das hast du bei uns aber auch so, also ne, da ist halt die Stadt und dann ganz viele Dörfer drumherum und jedes Dorf hat nochmal seinen eigenen, seine eigenen Wörter für Sachen. Ja, das Hausdach hat auch für, ja, für, was ist das? Das ist so Weinbrand mit Cola. Der heißt überall bei uns in der Gegend Gedoppter, aber bei uns in Hausach heißt er Schabole. Schabole. Ja, ein Schabole. Das hört sich viel, 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 eleganter an. Ja, ein Schabole. Bei uns war das wohl, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, ich bin ja kein Dorfkind, je, aber das wohl, wenn du von einem Dorf ins andere gezogen bist, das war schon so, da warst du erst mal außen vor, so, so, der, oder die von außen kommen, ne, weil du hörst, das halt auch schon. Ja, teilweise, aber auch manchmal einfach, bei uns zu Hause gab's früher auch ganz oft so Feindschaften zwischen den verschiedenen Städten und dann haben halt die, die Wollfahrer haben dann die Hausacher verprügelt oder die, die Gudacher und die Wollfahrer und die Hasslerer und die Hausacher. Das hast du bei uns auch. Irgendwie geht's nicht ohne. Was ist das für ein Kack? Also, das ist ja wie Köln-Düsseldorf, Battle, nur immer, es wird immer kleiner. Ich glaub, das kannst du ja auf jede Ebene transportieren. Ja, das ist der aus der anderen Straße. Das ist der aus der Wohnung drüber. Ja, immer, immer Grüppchenbildung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber, kommen wir doch zu den Zuschauerfragen, die ihr uns stellen könnt. Ihr müsst einfach mit dem Hashtag Silma Talks Back entweder unter dieses Video oder auf Twitter uns eine Frage stellen und wir reden dann darüber und beantworten sie vielleicht, vielleicht ehrlich, vielleicht auch unehrlich. Ja, also, gebt euch, gebt euch, strengt euch an bei den Fragen, gebt euch Mühe, dann kommen die vielleicht dran. Ja, und wir fangen direkt mit einer etwas, eine ernstere Frage zu einem momentan aktuellen Thema tatsächlich und zwar fragt die Inga auf Twitter, also mit drei A hinten, Hashtag Silma Talks Back, Steuerung F hat eine Reportage veröffentlicht, die über die Enthüllung des Fake-Dokumentarfilms Lovermobil, 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 beteiligt war. Wie ist eure Meinung dazu? Dürfen in Dokus überhaupt Szenen nachgestellt werden und trotzdem noch als Dokumentarfilme deklariert werden? Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt diesen Dokumentarfilm, ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich. Witzigerweise habe ich dieses Video von Steuerung F schon in meinen später Ansehen Dings auf YouTube reingemacht, aber ich habe es leider noch nicht gesehen und von dem Film weiß ich leider auch noch nichts, aber das tut ja nichts zur Sache erst mal. Diese Doku hat halt auch Preise gewonnen und der Sender hat sich inzwischen davon distanziert, weil super viel gefakt war wohl. So. Krass. Die Infos dazu müsst ihr euch tatsächlich, googelt sie euch oder guckt mal nach in den hiesigen Nachrichten und was der Sender dazu geschrieben hat. Aber es geht ja tatsächlich nur um die Frage an sich, dürfen Dokumentarfilme Sachen nachgestellt haben? Ich dachte halt sofort an Re-Enactment-Sachen. Ja, genau, sowas wie bei ZDF so Terra-Bla mit HPC, oder sowas. Ja. Also ich finde, sowas ist dann, ja, das ist ja so die eine Sache, aber da ist es ja wirklich auch so als, ich meine, bei diesem Lovermobil, das ist wahrscheinlich auch eher so ein gegenwärtiges Thema. Das ist jetzt nicht ein Thema, das in den 70ern spielt, wo du halt weißt, okay, wenn man das nachspielt, das ist halt fiktiv. Aber ich glaube, es geht ja eher so um die Sache, dass man, dass Leute denken könnten, dass diese nachgespielten Szenen echt sind. Ja. Also, es ist ja auch immer so ein Streit, es gibt Leute, die hassen Re-Enactment in solchen Sachen, in solchen historischen Sachen auch. Ich fand es eigentlich immer ganz gut, wenn es natürlich gut inszeniert wird. Es wird hier auch ganz oft, ich weiß nicht, ob es Pflicht ist, aber es wird hier auch ganz oft drunter geschrieben. Ja, so dramatisierte Darstellung oder sowas. Genau. Gibt es ja auch ganz oft bei so Crime-Doku-Sachen. Da werden dann halt so, ne, der sneak jetzt irgendwie durch die Wohnung, das wird ja alles nachgestellt. Ist ja klar, dass der nicht dabei war. Oder hier bei so TV-Produktionen wie Aktenzeichnungs, wenn so Fälle nachgestellt werden, um zu zeigen, was passiert ist. Das hat ja alles dokumentarischen Charakter. Also, ich bin schon dafür, dass das klar gekennzeichnet ist, wenn es Verwechslungsgefahr geben sollte. Also, wenn es zu gut gemacht ist. Ja, stell dir vor, du nimmst jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal Extrembeispiel, du drehst irgendwie Zweite-Weltkrieg-Material nach, machst das, trimmst es auf alt, drehst es in Schwarz-Weiß, tust so, als hättest du jetzt eine Szene aus echten Material aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich, das geht natürlich irgendwie nicht. Also, das finde ich nicht gut. Also, muss schon deklariert werden. Bei Reenactment ist es ziemlich deutlich, finde ich, dass das, aber ich finde auch, dass Dokumentarfilme müssen nix, also ich finde, man muss sich nie, also ich meine, es gibt ja nicht so die Institution, die sagt, du musst das machen. Eigentlich kann ja auch immer bei Filmen so jeder das machen, wie er das will, aber es ist halt die Frage, wie es dann ankommt. Ähm, ja. Ja, so eine gewisse, gewisse journalistische Ethik würde ich schon dahinter sehen, ähm, dass du halt nichts Unwahres zeigst und wenn du halt Sachen inszenierst für die Dramatik, das ist ja, da trennen sich dann halt ja Fiktion und Realität. Ganz oft Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, änderst du ja manchmal aus dramaturgischen Gründen gewisse Sachen, damit ein Film einfach spannend wird, weil es einen gewissen Aufbau gibt. Ganz oft gibt's einfach so, es wird einfach eine Figur dazu geschrieben, damit du einfach so das Innenleben von der Hauptfigur zum Beispiel, dass die das ausdiskutieren können. So alles, was halt nach innen gerichtet ist, kannst du halt nach außen zeigen, wenn die dann mit den, ähm, mit der anderen Figur über ihre Gefühle spricht oder sowas. Das, ich merk grad so, das Fass ist ja auch etwas größer. Ich mein, es gibt ja auch im Privatfernsehen diese pseudodokumentarischen Nachmittagsformate, die früher tatsächlich einen dokumentarischen Charakter hatten, die dann aber halt aus diversen Gründen, weil du nicht immer Stuff hast, dann halt irgendwann natürlich nach Drehbuch gedreht worden sind. Und ich glaube tatsächlich, dass für viele Leute manche Sachen, dass viele nicht wissen, dass das alles fake ist bei vielen Formaten. Ja, klar. Ich glaub, das kam halt, dass die Leute das erst so über die Zeit lernen mussten. Also ich mein, heute kannst du ja wahrscheinlich viele Leute fragen, die meisten würden sagen, ja, das ist alles geskriptet. Das hört man ja immer, das ist alles geskriptet. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wir sitzen natürlich, wir sind natürlich jetzt schon etliche Jahre in dieser Medienbranche, sitzen natürlich auch ein bisschen in unserer eigenen Bubble drin. Aber nehmen wir mal so ein klein Format, wo Leute zu Hause besucht werden, ne, und das Filmteam klopft an die Tür, jemand macht die Tür und sagt, oh, hallo, oh, ne, MTV Crips-mäßig und sowas so. Ich weiß nicht, ob das für Leute halt, dass es rüberkommt, als wäre das echt, als wenn die tatsächlich jetzt da hingehen und in dem Moment klopfen und der macht, oder die macht die Tür auf. Ich weiß es, ich, also, für mich ist das, als jemand in der Medienbranche, ganz klar, dass das natürlich nicht echt ist. Ja. dass das natürlich so, ja, komm, wir gehen jetzt noch mal raus und drehen rein. Es ist halt für die Stimmung so gut, ne, Besucher-POV-mäßig und sowas. Dass man sich halt besser, ja, das ist ja immer so, so dramatisierte Nachstellung ist ja immer einfach, um die Leute zu catchen und denen einfach so, so das Gefühl geben zu können, wie es ist, in dieser Situation zu sein. Und das ist halt immer so ein schmaler Grat, wie weit du da gehst. Ja. Aber halt, um, also, es ist halt natürlich auch so ein persönliches Bauchempfinden, so ein bisschen, wo dann halt, äh, Mittel zum Zweck aufhört. Mhm. Also, wenn du die Realität veränderst, also, wenn du überdramatisierst künstlich, um irgendwas zu, äh, irgendeinen Hype zu generieren oder irgendwas überkrass aufzuzeigen, das geht halt schon nicht, ne? Also, find ich nicht gut. Ja, aber ich glaub, da müssen wir uns auch mal noch die Doku anschauen, um das dann auf die, äh, Frage dann explizit, äh, genau, eingehen zu können. Weil es ist eigentlich witzig, dass es einen Dokumentarfilm über einen Dokumentarfilm gibt. Dokumentarfilm, ja. Das stimmt. Das stimmt. Und man muss dazu sagen, äh, Dokumentar, äh, sind, sind halt auch immer, auch subjektiv, ne? Es wird von Menschen gemacht und die haben auch eine gewisse Sicht, äh, eine Sicht von außen. Und gerade, wenn du in irgendwelche, irgendwelche Szenen reintauchst, es gab auch letztens eine kontrovers diskutierte Doku über Twitch tatsächlich. Ähm, ich glaub von, es war kein, es ist kein Funkformat gewesen, äh, aber wer war es? Die Reporter? Die haben was, es war so ein bisschen kontroverser aufgepasst worden. Ist doch ein Funkformat, oder nicht? Nee, 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 ich glaube Funk hat's, äh. Also, es ist öffentlich-rechtlich, ich glaub, das. Ja, es ist öffentlich-rechtlich, aber ich glaub, es war nicht, es war nicht, es war keine Funkproduktion. So. Ja. Aber so viel zum Thema, äh, Dokumentar-Dings. Äh, kommen wir zur nächsten Frage, und die kommt von Triesel-Bediesel. Welchen Film fandet ihr beim ersten Mal gucken richtig gut, und beim zweiten Mal gucken einfach nur Müll? Geht natürlich auch andersrum. Hashtag Cinematalksback. Oh, das ist, ich find, das ist ganz oft bei so Kindheitssachen, die man in der Kindheit geguckt hat, und dann nochmal später so. Ich hatte das vor allem, um da schon mal ein Beispiel zu haben, bei Flubber. Mit Robin Williams. Ich hab den als Kind geliebt, oder ich hab den mal nochmal angeguckt und mir gedacht so, was, ich hab mich ganz schön weiterentwickelt. Die Figurenentwicklung von Jonas Ressel hat geglückt. Aber jetzt, bei aktuelleren Filmen müsste ich nochmal nachdenken. Was ist bei dir? Äh, tatsächlich auch eher so Sachen, die man als Kind mal gesehen hat, und vielleicht auch aus dem Fernsehen mal aufgenommen hat, auf VHS hab ich das, und dann hast du, hat diese VHS keine Möglichkeit mehr gehabt, hier zu gucken, und dann holst du dir irgendwann den Film auf Blu-ray oder so, und dann denkst du, oh, na, hatte ich auch bessere Erinnerungen. Ich hatte das zum Beispiel bei Nightmare on Elm Street, und zwar Wes Craven's New Nightmare. Den hatte ich als, boah, ich hab den, glaube ich, aus dem Fernsehen aufgenommen, da war ich 14, oder so. 13, 14, und dann fand den spooky, cool gemacht, etc., und dann hab ich mir jetzt vor ein paar Jahren halt diese ganze Box geholt mit allen Nightmare-Filmen drin, hab ich mich richtig darauf gefreut, weil der hatte mal so einen anderen Dings, und dann hab ich den geguckt, okay, so, boah, die Effekte sind ja schon teilweise scheiße, ei, 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 mich nicht gut, der ist nicht so gut gealtert, und war dann doch nicht mehr so cool, immer noch in Ordnung, aber hab ich als Kind besser gefunden, tatsächlich. Da hat mir jetzt noch was eingefallen, aber ich fand den nicht beim zweiten Mal sehen so viel schlechter, ich war einfach nur so ein bisschen enttäuscht, ähm, das hatte ich bei Ant-Man, bei dem ersten, den fand ich nämlich beim ersten Mal schauen im Kino eigentlich ziemlich witzig, aber wenn du halt schon die ganzen Gags dann schon quasi raussehen kannst, die halt, irgendwie haben die nur beim ersten Mal funktioniert, beim zweiten Mal war ich so ein bisschen enttäuscht, so, boah, dann hatte ich eigentlich besser in Erinnerung, das war auch bei Guardians of the Galaxy so bei mir. Ja, das stimmt, tatsächlich. Ich hatte es aber eher, bei Guardians of the Galaxy war es bei mir andersrum, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den gar nicht gut. Ja. Ich weiß nicht wieso, genau, ich weiß nicht mehr, was ich daran festgemacht habe, es war eigentlich, hm, und dann habe ich noch mal geguckt, und dann fand ich ihn richtig gut eigentlich, ach ja, vielleicht war ich nicht in der richtigen Stimmung beim ersten Mal, hatte ich ihn tatsächlich auch nicht im Kino gesehen, und ja, das spielt halt auch so eine krasse Rolle, welche Stimmung du gerade hast und gerade wenn du, du musst jetzt den Film gucken, kann ganz oft mitentscheiden, ob du diesen Film gut findest oder nicht. Ja, so wie bei Das Leben ist ein Stück Papier nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage von Martin Hamann. Hashtag Cinema Talks Park. Hey Leute, redet doch mal über eure Top 3 bis 5 Good Film Movies auf All The Time. Angesichts der Situation könnte ich gern etwas Inspiration vertragen, viele Grüße. Oh, da habe ich... Ich habe sofort einer in den Kopf. Ja, mir sind auch direkt zwei, drei eingefallen. Ja. Soll wir abwechsam machen? Also, der erste Film, der mir sofort eingefallen ist, gerade jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, Mid-90s. Oh ja, oh! Das... Oh, das ist aber auch so ein bisschen so dieses melancholische Freude, sich zurücksehen in die alten, in die Kindheit. Ja, aber hast du nicht auch Bock, irgendwie dann direkt an so einem lauen Sommerabend auf der Straße abzuhängen? Skateboard zu fahren? Nee, skaten würde ich nicht. Ich kann nämlich nicht skaten. Skaten kann ich nicht, aber man kann ja auch mit dem Rad rumfahren, sich ein Getränk gönnen und einfach so ein bisschen Sonne draußen genießen. Ich glaube, vielleicht wird das diesen Sommer auch eher ins Gegenteil verkehrt, dass das echt zu melancholisch wird, weil du kannst es nicht bringen, diesen Sommer anscheinend. Aber das ist auf jeden Fall so, oh, ich hatte ein bisschen Angst bei dem Film, bevor der kam, dass der halt zu, zu dramatisch wird, dass das halt so ein, ein Rührstück wird, wie Alper sagen würde. Aber es war nicht überdramatisch, es war einfach nur so, ja, das ist einfach schön. Das ist einfach schön. Ja. Was mir zuerst eingefallen ist, ist School of Rock mit Jack Black. Genau, da spielt er nämlich einen, ähm, erfolglosen, ähm, ein erfolgloses Mitglied einer Rockband, die rausgeschmissen wird und dann durch Zufall an der Schule unterrichtet, um halt ein bisschen Geld zu verdienen und die Klasse dann, ähm, quasi in Rockmusik ausbildet und so eine Klassenband gründet, um es einer alten Band bei so einem großen Contest heimzahlen zu können. Und das ist für mich so ein klassischer Feel-Good-Film, auch mit einem Jack Black, der, der wieder komplett drüber ist und wieder alles gibt. Ähm, den, den hab ich mir ja schon das Efter mal angeguckt, wenn ich irgendwie ein bisschen down war. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter. Ich glaub, da gab's sogar eine Reunion von der Band von nicht allzu langer Zeit. Ah, also von der, von der Schulband quasi. Ja, ja, genau, da haben die die ganzen Kids, die jetzt keine Kids mehr sind, glaub ich, nochmal zusammengekarrt und so. Ja. Ich hab's, ich hab's nur nebenbei glaube ich hinbekommen. Ja. Ähm, Feel-Good-Film noch, äh, 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 find ich, ist ein richtiger Klassiker. Also diese guten Sonntag-, Samstag-, Nachmittag-Filme ist die Zeitmaschine. Mhm. Aus den 60ern. Einfach, einfach weil, schön gemacht und Feel-Good, ein bisschen Melancholie ist dabei. Ähm, gibt so ein, so ein warmes Gefühl, der Film. Ein bisschen, ein bisschen spannend ist es natürlich auch. Schöne Effekte, auch für die Zeit, die immer noch schön anzusehen sind. Das ist so für mich auf jeden Fall Feel-Good-Film. Mhm. Ich hab auch noch einen, und zwar, ähm, Ruby Sparks mit Paul Dano. Da spielt er einen Autor, der eines Tages in der Geschichte sich eine Freundin erfindet. Und, ähm, mir nichts, dir nichts taucht diese Frau auf. Oh mein Gott. Und alles, was er schreibt, macht sie. Also, alles, was er schreibt, passiert auch. Okay. Das ist ein wirklich, wirklich richtig toller Film mit einem richtig, richtig geilen Soundtrack. Das könnte aber auch richtig spooky sein. Also, richtig creepy. Sie macht ja alles, was ich, was ich hier aufschreibe. Ja, aber es ist, zwischendurch ist es auch mal so ein bisschen, also, so, so, merkwürdig spannend. Er kann es nicht recht machen. Er versucht halt dann so, die alltäglichen Probleme einfach wegzuschreiben. Aber, das wirkt sich dann halt, ich will nicht zu viel fragen, aber es wirkt sich dann halt so aus, dass es, es klappt natürlich nicht immer so. Weil, äh, Menschen so nicht, äh, sind, dass man einfach so Sachen so weg, wegschreiben kann und wegmachen kann. Und dann geht's denen gut und alles ist gut. Was ist, noch so ein Feelgood-Film, aber es ist überhaupt kein Geheimtipp, aber das ist so, wow, ja, das ist Indiana Jones 1 bis 3. Ja, ja, das hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt. Das ist so, es ist überhaupt kein Geheimtipp, aber, wow, es ist einfach Abenteuer, ne, das ist, das ist einfach cool. Ja. Ich glaube, da muss man gleich, nicht viel zu sagen, sind die 1 bis 3. Ja. Boah, Mist, das habe ich gerade meinen letzten Film vergessen. Ich wollte noch einen Film sagen. Dann hau ich noch raus, was ich eigentlich immer ganz cool fand, ich habe den aber ewig nicht mehr gesehen, ist Clueless. Mit der Isha Silverstone. Ja. Ich habe den immer ganz, ganz, ganz cool in Erinnerung, halt auch nicht überdramatisierend, einfach nur so ein bisschen Zeitgeist und sowas, aus diesen 90s. Ja. Der ging eigentlich früher auch immer ganz gut. Ja. Mir ist noch etwas eingefallen. The Big Lebowski von den Kornbrüdern. Ich finde, das ist für mich auch ein Feelgood-Film. Mit einem richtig geilen Zettel. Ja. Okay, ja, ich kann verstehen. Ich hätte ihn tatsächlich nicht sofort als Feelgood-Film eingeordnet. Es ist halt so ein bisschen ein absurderer, skurriler Feelgood-Film. Er hat ja auch traurige Momente, deswegen. Ja. Und es ... Ja. Na gut, das lassen wir zählen. Das lassen wir zählen. Fällt dir sonst noch einer ein? Ähm ... Ich muss gerade so ein richtiger, richtiger Geheimtipp. Ja, so ein Film, bei dem ich auch immer sehr viele Feelgoods in mir habe, ist Pacific Rim. Okay, ja. Ja, einfach Monster-Kaiju-Action in komplett übertrieben, in richtig geil gefilmt, äh, mit einem richtig coolen Charlie Hunnam. Also ja, generell finde ich auch, alle, bei mir sind das, äh, alle Monster- Jurassic Park ist auch Feelgood eigentlich. Äh, alles mit Monstern, große Monster, Godzilla-Filme würde ich alle dazu rechnen, alles, was Ray Harryhausen gemacht hat, also auch so Sintritt, siebte Reise, alles Feelgood-Filme bei mir, alles Feelgood. Mhm. Alles. Es hat aber viel mit Sentimalität zu tun. Ich glaube, das ist halt auch, was du ... Ich glaube, Feelgood ist immer, was du als Kind schön gesehen hast, ist Feelgood. Also, die erste Folge Stranger Things zum Beispiel ist absolutes Feelgood-Ding, weil es so 80s-Vibes und wo man aufgewachsene Swipes hat, das auf jeden Fall, ja. Oh, ich hätte auch noch eins, glaube ich. Ja. Peanut Butter Falcon mit Shia LaBeouf. Oh! Das ist auch ein richtiger Feelgood-Film. Das stimmt, das stimmt. Da hatte ich auch so Angst, dass das halt in so eine ... Dass das zu überdreht, dass das zu viel wird, dass es halt einen emotional überrennt. Ja. Also, in diesen sieben Minuten nach Mitternacht, der fällt so, boah, der hat mich halt ... Aber nee, der ist echt Feelgood. Ja, der passt auch, der ist auch so ein Sommerfilm. Ja. Ja. Richtig schön, ja. Top. Ich hab das ein paar Gute für die Watchliste, für das Feelgood. Ja. Wir haben noch eine finale Frage, und zwar von BigRedP. Und er fragt, habt ihr eigentlich Probleme dabei, Freunde beim Filmabenden davon zu überzeugen, welcher Film geguckt werden soll? Oder wird eurem Vorschlag blind vertraut, weil ihr durch euren Beruf ja quasi besonders viel Ahnung von guten Filmen habt? Hashtag CinematalksBack. Äh, ich hab früher mal mit einer Freundin und einem Kumpel zusammen Filmabende gemacht, und da war es immer schwierig, meine, die Freundin von dem Film zu überzeugen. Das war, das war jedes Mal so, weißt du, aber ich hab halt auch, Ali und der Profi, nee, das hört sich irgendwie scheiße an. Und dann nach dem Film, oh, der war eigentlich doch ganz gut. So was, bei so was bin ich regelmäßig dann ausgerastet. Boah, guck's dir doch einfach an. Und jetzt nicht nur auf den Titel achten, aber so inzwischen, also jetzt grad in letzter Zeit ja eh keine Filmabende groß mehr. Aber wenn ich mit meiner Freundin was schaue, die vertraut mir da auch blind und guckt dann auch japanische Filme mit Untertitel oder irgendwie ein südamerikanisches Drama. Ja. Zum Beispiel Monos oder so was. Das ist kein Problem. Aber ja. Ich mach das momentan meiner Freundin so, ähm, ich zeig nicht, welcher Film ich einlege. Und dann so Augen zu, bis der Film anläuft. Oh, das ist geil. Das ist geil. Und ja. Aber ich hab so ein Problem, wenn ich sage, ich will einen Horrorfilm gucken. Nein, nein, wo ist kein Horrorfilm? Nicht schon wieder Hammer Studios? Nee, wir haben jetzt das oben geguckt. Ähm. Das ist geil. Ja. Und, oh ja, und Fight Club letztens. So, ja, warte einfach mal ab. Einfach mal. Geil. Ja. Sie hat den Plottwist aber schon vorher durchschaut. Okay. Dammit. Ja, aber nee, ich find, ich find, ähm, ja, inzwischen, da fragt mal auch jemand irgendwie über WhatsApp, so, hey, hast du irgendwie so grad einen Tipp? Und dann so, ja, okay, gib mir eine Minute. Dann schau ich mal kurz, was grad auf Netflix, Amazon oder sowas, ähm, verfügbar ist. Hast du da manchmal nicht so ein bisschen diesen Druck? Äh, boah, du musst jetzt irgendwas abliefern, hoffentlich ist die Person nicht enttäuscht? Ach so, nee, aber ich hab dann zum Beispiel mal Prisoners empfohlen. Und ich weiß, bei Prisoners, das ist eine sichere Nummer, den Film. Okay. Also, da muss man schon ein spezieller Typ dafür sein, dass man diesen Film nicht mag. Und ich mein, wenn ich jemanden, Prisoners zum Beispiel, äh, jetzt Prisoners, oder Sicario jetzt empfohlen hätte, dann, und die Person findet das scheiße, dann weiß ich auch so, okay, ich glaub, dann kann ich keinen einzigen Film der Welt, äh, empfehlen, weil ich diesen Filmgeschmack einfach noch nicht so ganz durchschaut hab. Ja. Also dann, auch genau, das hab ich auch mal erzählt hier, von dem Typen, der hier sieben Zwerge, Männer leihen im Wald für den witzigsten Film ihrer Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich dem einen Film empfehlen könnte. Also, ich hätte bei ihm dann eher so gedacht, keine Ahnung. Hm. Fast and Furious könnte ich ihm jetzt vielleicht empfehlen. Vielleicht ist, das wäre dann so, eher so in die Richtung. Aber, aber ist das halt, ist das eine Empfehlung? Ich mein, so ein Blog war für den so, das ist ja genau, also, guck dir mal diesen Geheimtipp, also, mit 90s zum Beispiel, um den wir auch zu hören, ja, finde ich, ist noch ein Geheimtipp irgendwie. Aber Indiana Jones halt irgendwie, ist kein Geheimtipp mehr. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich immer, wenn mich jemand fragt, dann denke ich mir so, ah cool, die Person denkt, dass ich mich, denkt wirklich, dass ich mich damit ein bisschen auskenne. Denkt wirklich, ich könnte mich auskennen mit Film. Ja, Nicht so, dass ich nur tun würde, als ob ich das könnte. Wir faken, wir faken das. Ja, nee. Aber manchmal ist es halt so, das ist immer so, Leute reden über Filme, und dann so, jetzt bitte du, jetzt so deine Meinung, so als, du machst das beruflich, jetzt gib mal so einen Abriss über den Film und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft. nö, keine Lust. Mach ich schon auf Arbeit die ganze Zeit. Ja, manchmal will ich auch einfach nur konsumieren und sage, ja, was du sagst, stimmt schon ganz gut. Ja, das fand ich immer am schlimmsten bei den Game of Thrones Folgenbesprechungen, wo ich dann immer das alles vorbereitet habe und dann diese drei Stunden Sessions mit Alper und ich war da einfach schon, ich war dann zufrieden und ich wollte kein Wort mehr drüber reden und dann kommen halt andere Leute und wollen mit einem springen. Aber ich kann das ja auch verstehen. Ja, ja, klar. Es ist immer verständlich, aber manchmal ist es halt so, das gehört halt dazu, das gehört halt dazu. Ja, und ich kann das, also ich bin da auf jeden Fall so, ich kann das nicht so gut zu Sachen doppelt zu erzählen. Ich komme mir da immer so ein bisschen vor, so wiederholen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie im Urlaub war und dann die Geschichte dem einen Freundeskreis erzählt, dann noch den Eltern, dann noch der Oma, dann noch keine Ahnung was, da komme ich mir immer so ein bisschen vor, okay, ich wiederhole mich gerade, soll ich nicht lieber ein Video machen und das dann abspielen? Ja, genau so. Wie ist das eigentlich, wie ist das eigentlich passiert mit Cinema Strikes Back? Wie habt ihr das geschaut? Oh, wie oft wird diese Story jetzt so. Okay. 2017, wir haben früher ein Leben und du wiederholst und denkst, oh Gott. Die Leute hören das ja dann zum ersten Mal, aber du machst das gerade zum zehnten Mal. und ich komme mir da auch immer so beobachtet vor von so einer unbekannten dritten Person, die so über meine Schulter guckt und so sagt so, erzählt er das jetzt auch alles richtig? Vergisst er auch nicht irgendwas dazu sagen? Oder wenn halt irgendwelche Leute dabei stehen, die das schon mal gehört haben und so, Moment, du hast ja dann auch, du benutzt ja die gleichen Worte und erzählst es halt genau gleich wie so eine Schallplatte. Ist der jetzt ein Schauspieler oder so? Ja, genau, dass du nicht mehr so true bist, dass du es erzählst, sondern dass du einfach nur ein Programm abspielst gerade. Ja. Oh Gott, ja, ganz schlimm. Ja, bei Game of Thrones gerade bei so Hype-Sachen, was sagt ihr denn zu in den Stars? Was sagt ihr zu da? Okay, ich wiederhole, was ich in dem Video schon mal gesagt habe und boah, ich möchte mit den Personen ja ein individuelles Gespräch führen und nicht was runterleihen. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen kritisch. Aber ja, manchmal fragen Leute tatsächlich nach der Meinung. Aber umgekehrt, manchmal, wenn ich was vorschlage und die Leute sind dann enttäuscht oder das war nicht so deren Film, dann... Ja, dann bin ich auch immer so, dann ist man so selbst, so unzufrieden mit sich selbst, boah, hätte ich nicht was Besseres aussuchen können? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Und jetzt denken die Leute bestimmt, ich bin einfach nur hier so ein Pretender. Ja, Aber manche denken so, boah, du weißt den Film einfach nicht so wertschätzen gerade. Oh mein Gott. Ja. Letztens hat irgendwer erzählt, also vorhin gesagt, ja, boah, ja, Predator, guck, boah, ich fand den voll scheiß und ich sag einfach nichts dazu, ich sag einfach nichts und möchte dann auch nicht darüber diskutieren, weil es spielt hier auch keine Rolle. in dem Sinne dann. Ich hab jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder hier Hereditary empfohlen und alle Leute sind immer so richtig traumatisiert danach, da denk ich mir immer so, hä 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 hä. Ja, genau. So wie so ein Prank. Ach ja, könnt ihr nicht was Schönes, irgendwie so schöner Film und dann so, ach ja, schau dir Hereditary an. Ja. Das ist ein richtig schöner Film. Ja. Richtig geil. Ja. Apropos, schau dir Film an, kommen wir zu Cinema Flashback kurz. Hast du ein Highlight, was du in der letzten Zeit gesehen hast? Ähm, ja, Highlight würde ich jetzt nicht jetzt so unbedingt sagen, aber fand ich ganz nett. Ähm, hat wahrscheinlich auch schon die Hälfte gesehen hier. Auf Netflix, das Hausboot, die Doku von Finn Kliemann und Olli Schulz darüber, dass sie das Hausboot von, ähm, wie heißt er? Gabriel. Der Musiker. Gunter Gabriel. Gunter Gabriel, genau. Das gekauft haben und renoviert haben und da klingt ja erst mal so, okay, das klingt jetzt nicht so spannend, aber das Ding war halt einfach eine, eine Ruine, die auf dem Wasser noch, wie auch immer, die auf dem Wasser noch, genau, ein, ein richtiges Wrack, dass die dann, wo die gedacht haben, okay, das ist eigentlich ganz easy, das zu machen, geht ganz schnell, hier ein bisschen was überstreichen, ist dann alles gut. Farbe hält, alles zusammen. Aber was dann gar nicht so einfach war. Aber ne, es hat dann echt Spaß gemacht, die hat man auch relativ schnell durch, vier Teile von 20 bis 40 Minuten, das hast du an einem Abend durchgeschaut, äh, und macht Spaß einfach, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie so ihren Traum verfolgen, auch wenn dieser Traum einfach extrem teuer ist und sehr viele Nerven und, ähm, Geduld kostet. Wie lange haben die denn da gebaut? Ich glaube, so fast, ähm, von dem Kauf jetzt, bis es fertig war, fast zwei Jahre. Zwei Jahre, krass, also ein Jahr dauert das doch mindestens. Ja, und das, das wächst dann auch bei der Doku, ich wollte halt auch, ich hab immer wieder Sachen davon gehört, aber ich wollte halt nicht wissen, wie es dann am Ende aussieht. Ähm, ist schon spannend, die Entwicklung, das, das muss man sagen, das ist wirklich eine spannende Entwicklung, ist man dann auch am Ende so ein bisschen geflasht. Okay, das, das haben die, das haben die hinbekommen. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ja, du erfährst dann auch so, die haben halt am Anfang gedacht, das Ganze kostet 20.000, das Kaufen und alles fertig zu machen. Und dann war das eher, da werden nie so wirklich Zahlen genannt, aber ich glaube, irgendwann haben sie mal von einer halben Million gesprochen. Ja, also, weiß nicht. Ich meine, das kann sich jetzt ja auch nicht jeder einfach so leisten, so was zu machen. Äh, ja, eben, eben. Das ist so wie, ich kaufe mir ein altes Haus und renoviere das, so, und ich glaube, so Pi mal Daumen sagt man, wenn du keine Ahnung, 180.000 Euro in ein altes Haus steckst, darfst du noch mal 180.000 in die Instandsetzung reinbuttern, je nach Zustand, ne? Genau. Was, was instandsetzen ist halt, nicht mit ein bisschen Kleber und Gaffer-Tape-Krieg. Ja, und was halt natürlich, wenn's gut haben willst. Was natürlich auch an der Doku cool ist, ist, ich mag halt die beiden und ich find halt, so Finn Kliemann ist einer der sympathischsten Menschen überhaupt. Ich, ich kenn jetzt keinen, ich kenn jetzt niemanden, der den irgendwie nicht mag. Zumindest onscreen, wir kennen ihn ja nicht persönlich, ich weiß nicht, ob der vielleicht doof ist, aber ich weiß es nicht. Aber so viel wie der onscreen ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt diese private Person gibt. Tja, man weiß es nicht. Ja, ich glaub, kann's nicht beurteilen, aber onscreen find ich den auch sympathisch, auf jeden Fall. Genau. Und ich find's immer, falls hier jemand von Netflix zuschaut, gebt uns auch was für den Flugzeugträger. Wenn ihr Bock habt auf die Doku Der Flugzeugträger, dann meldet euch bei Cinema Strikes Back. Kadir, ein Schiff legt ab, oder keine Ahnung. Kadir, ein Schiff in, Kadir, ein Schiff in, in die Hoffnung, ein Schiff in die, Das Schiff der Hoffnung. Das Schiff der Hoffnung. Kadir, das Schiff der, das Schiff des Schicksals. Weltfrieden auf den Meeren. Keine Ahnung. Weltfrieden auf dem Meer. Aber es ist bei Finn Kliemann noch immer sehr krass und beneidenswert finde, ist halt dieser Macherantrieb. Der macht ja die ganze Zeit dieses Kreative, das find ich halt geil, dass der einfach auch macht und sich austob. Und ja, gut, er hat auch die Möglichkeit und sowas. Aber das hat er sich halt auch erst, also das ist ihm, glaube ich, nicht in den Schoß gefallen, sondern das hat er auch machen müssen, dass er das alles machen kann. Das baut ja alles auf und nach und nach auf, wo man halt sich selber so denkt, okay, zerdenk ich das jetzt zu sehr, statt das einfach mal anzupacken? Das ist halt schon sehr, sehr inspirierend, so diese, diese, in der Sache. Ja. Bei dir? Ich hab, ich hab, wie gesagt, ich bin auch eher momentan so in diesem Feelgood und Klassiker Rewatch-Dings, einfach um die Stimmung auch ein bisschen zu heben. Und ich hab, wie gesagt, Fight Club geguckt noch mal, nach etlichen Jahren. Ich glaube, ich hab tatsächlich auch die Blu-ray, die ich mir vor x Jahren gehofft hat, zum ersten Mal eingelegt. Ich hab den halt vorher x Mal gesehen gehabt und jetzt hab ich Fight Club geguckt. Ey, dieser Film, wie der immer noch, immer noch geil ist, wie der immer noch funktioniert, wie der immer noch gut aussieht. Dieser Film altert einfach nicht, finde ich. Nee, gar nicht. Also, wow. Geiler Soundtrack, geile Darsteller, Darstellerin, richtig gut. Hat mir richtig Bock gemacht. Stimmt, das ist mir jetzt auch, wo du zum Soundtrack kommst. Ich hab eigentlich in keinem anderen Film so einen ähnlichen Soundtrack jemals gehört. Ja. Ja. Das ist ne Wucht auch hinten mit den Pixies hinten noch. Richtig geil. Ist ja legendär. Hat richtig Bock gemacht. Dann hab ich Starship Troopers nochmal geguckt. Geil. Weil er auf Disney Plus da gerade ist. Wir sind gerade wahrscheinlich immer. Ähm, da tatsächlich, er sieht auch immer noch geil aus, dafür, dass dieser Film, wann ist der? Spreide 90er? 90er, ja. Ich finde, er sieht immer noch geil aus. Klar siehst du hier und da mal ein Greenscreen und sowas, aber die Bugs sehen ja wohl geil aus. Ich finde auch die Effekte, die Effekte sind großartig. Großartig. Ich hatte ihn tatsächlich ein bisschen blutiger, ein bisschen brutaler an sich ähm, im Gedächtnis, aber ich bin einfach wahrscheinlich abgestumpfter geworden über die Jahre. Aber macht immer noch Bock, macht immer noch Bock. Ja. Auch großartig besetzt halt. Clancy Brown zum Beispiel immer geil zu sehen. Ähm, dann habe ich das umgeguckt mit Gregory Peck, also das Original. Ähm, auch immer noch großartig. Der Anfang. Bisschen langsamer. Bisschen langsamer. Übel. Bisschen langsamer, aber es fies, es fies und das ist geil. Der Kinderdarsteller ist richtig, der sagt ja, glaube ich, drei, vier Worte in so einem Film. Also ich finde so die, die, Ich mag den. Die beeindruckendsten Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, sind halt, der Anfang, also so die ersten paar Minuten und dann so die letzte Einstellung. Das ist alles, das ist, das ist so ein, das ist ein richtig fieser Film, finde ich. Ja, die letzte Einstellung ist richtig geil. Hast du das Remake gesehen? Nope, habe ich nicht gesehen. Fand ich, okay, äh, ja. Und da gibt es dann noch oben zwei und drei und der dritte ist sogar mit Sam Neill. Ah, okay. Als Damien. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Es gibt auch noch einen vierten Teil, eine TV-Verfilmung. Da ist dann Teufelskind ein Mädchen. Okay. Äh, ist okay, glaube ich. Ist okay. Ist, glaube ich, quasi eins zu eins, wie der erste irgendwie in die Richtung, meine ich. Naja. Naja, naja. Ja, das war, es sind mal Flashback. Nächstes Mal, wie gesagt, reden wir über den Film der Woche in unserem Filmclub. Also schaut euch diesen Film an und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Bewertet auf allen Podcast-Portalen diesen Podcast, halt mega geil. Genau, und schaut, das Leben ist wie ein Stück Papier, damit wir nächste Mal darüber reden können. Genau. Und, äh, schickt mal einen Link zum Podcast eurer Mutter, die freut sich bestimmt auch, in Lockdown-Zeiten von euch zu hören. Äh, auch geile Podcast-Sachen zum mitzubekommen, von uns, bestimmt. Und dann schreibt ihr uns mal, was eure Mutter zu uns sagt. Und, äh, schaut euch auf YouTube, verlinken wir euch hier noch das letzte Video von unseren Kollegen und Kollegen von Kurzgesagt. War immer geiler Content. Und von uns könnt ihr euch hier unser letztes Special angucken. Und zwar geht's da um Franchises, beziehungsweise Filme, beziehungsweise Sachen, die noch nicht verfilmt worden sind, die aber durchaus ein Filmuniversum wert wären. Zieht euch das rein, und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Mhm. Und dann sagen wir Tschüss. Ciao. Und okay, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.